Ich bin der Meinung, dass Dresden so bleiben sollte, wie es jetzt noch ist. Warum und? Und, ich kann es heute mal hören. Und. Diese Schlagworte, diese Lügen, diese Propaganda jeden Tag. Das Demokratieprojekt. Also ich bin jetzt abends eigentlich nicht mehr joggen alleine zum Beispiel. Wenn man dann permanent noch angegraben wird unterwegs, selbst in jeans und Pulli mit Jacke. Das war's. Das sieht ja total beschissen aus. Jesus, Lügen, 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 Lügen. Amen.